Hey Leute, heute zeige ich euch meine Morgenroutine für die Schule und dieses Video ist eine Kooperation mit der lieben Annika. Ihr Video kommt morgen online, aber ihr Kanal ist schon mal in der Infobox verlinkt. Und zwar klingelt mein Wecker immer um 6.30 Uhr. Nachdem ich dann meinen Wecker ausgemacht habe, gehe ich auch erstmal an Sandy für ein paar Minuten und da checke ich halt vor allem erstmal Instagram ab und gucke so, was über Nacht passiert ist. Und dann mache ich mein Handy auch schon aus und dann stehe ich erstmal auf natürlich und dann ziehe ich mich auch schon an. Danach geht es dann an die Haare und die käme ich meistens einfach nur. Und meistens lasse ich sie offen oder mache einen Zopf und manchmal nehme ich mir die Haare auch irgendwie und binde die nach hinten irgendwie so, aber nichts Kompliziertes oder so. Und danach schminke ich mich auch schon und die Dinge, die ich eigentlich meistens benutze, seht ihr hier. Und dann frühstücke ich auch schon und zwar frühstücke ich meistens einfach im Moment Joghurt mit Schokostrosseln, weil das so schön schnell geht. Natürlich mache ich mir auch was für die Schule und zwar habe ich dafür so einen Müslibecher und oben kann man halt so Müsli und so reintun und in den unteren Teil kommt dann Milch und das ist ziemlich praktisch. Und dann gehe ich auch schon wieder nach oben und putze mir meine Zähne. Danach ziehe ich mir meine Schuhe an und tut mir leid für die schlechte Qualität gerade. Und jetzt gehe ich auch schon los. Das war es auch schon mit meiner Morgenroutine und jetzt könnt ihr in die Infobox schauen und euch den Kanal von Annika anschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!